Die Ampelkoalition will eine Rentenversicherungspflicht für Strafgefangene einführen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Koalitionsvertrag, der steht ja schon. Und diese Ampelkoalition hat in Sachen Rente einiges vor. Unter anderem will sie zum Beispiel die Hinzuverdienstgrenzen für eine vorgezogene Altersrente entfristen. Aber im Kleingedruckten zum Koalitionsvertrag finden sich also nicht nur solche Regelungen, sondern auch, was ich wiederum sehr, sehr interessant finde, eine Regelung oder ein Vorhaben, dass die Ampelkoalitionäre unter Federführung dann von dem neuen, alten Bundesminister für Arbeit und Soziales eine Rentenversicherungspflicht für Strafgefangene und Sicherungsverwahrte einführen will. Eine Forderung, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Viele Menschen, die in den Gefängnissen sind und arbeiten, haben keinen Anspruch auf Rentenleistung durch die Tätigkeit, die sie im Gefängnis ausüben. Das heißt also, diese Leute sind weder vor Erwerbsminderung geschützt, noch haben sie Ansprüche auf Rentenversicherungspflichtige Entgelte und damit übersetzt auch Entgeltpunkte aus einer entsprechenden Tätigkeit. Ja, wir müssen eine solche Rentenversicherungspflicht auch für Gefangene und Sicherungsverwahrte einführen, damit der Staat später, nicht einmal, wenn diese Leute aus dem Gefängnis kommen, im Rahmen der möglichen Sozialhilfe für diese Menschen einstehen muss. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.